Komm zum Arzt des Vertrauens, komm zu Doktor Dolor. Die Frauen liegen ihm zu Füßen, er ist ihr, Sankt Salvatore. Jeder Kunstgriff kann ihm gelingen, er trifft einfach jeden Nerv. Er ist die erste Adresse und jede Klinik ist auf ihn schaue. Seinen Abschluss hat er sich ergaunert, und auf dem Klo wäscht er sich nicht die Hand. Doch sein Geheimnis weiß er nur alleine, sein wahrer Name ist unbekannt. Wollt ihr eure Organe spenden, dann weidet er euch aus. Manche Banknote kann Wunder bewirken, mancher Todkranke steht wieder auf. Musik Untertitelung des ZDF, 2020